Musik Wir haben unsere Aktion am vierten Weihnachtstag, da werden die Wünsche dann gesammelt und den Kindern dann übergeben. Wenn man anderen Kindern glücklich machen kann, dann versucht man alles dafür zu tun. Musik Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und wir haben nochmal eine Trainingssache vor uns, bevor wir Sonntag gegen Hoffenheim spielen. Und da wollen wir dann wieder sehr gut arbeiten in der Woche und dann schauen, wie das Ergebnis dann am Sonntag ausfällt. Musik Das ist nochmal ein zusätzlicher Bonus und deswegen wollen wir alles dafür tun, dass wir dann am Sonntag rennen können. Musik 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 Musik